Und Cut! Okay Mario, Geldübergabe. Der Koffer wird geöffnet, du gehst durch das Fenster ab. Machst du das? Klar, mach ich. Okay, dann steigst du auf den Wagen deiner Leute, ballerst mit der Maschinenpistole. Mach ich. Dein Wagen wird abgedrängt, du schleuderst gegen einen Hydranten. Mach ich. Cut! Und jetzt machst du dir ne Zigarre an, und zwar hiermit. Nein, das mach ich nicht. Mit Geld spielt man nicht. Seit 190 Jahren arbeiten wir nach diesem einfachen Prinzip. Aachen-Mönchner. Exklusiv bei der Deutschen Vermögensberatung.